Was denken die Menschen in Deutschland über Fleischkonsum, über Preis, auch über Moral? Das wollte die Evangelische Kirche im Norddeutschen Rundfunk und die Evangelische Zeitung wissen. Emnet hat das repräsentativ erfragt und hier sind die Ergebnisse. Fleisch soll vor allen Dingen billig sein, das sagen 23 Prozent der Befragten. Fleisch aus artgerechter Tierhaltung darf deutlich mehr kosten, das sagen 93 Prozent. Der Staat soll artgerechte Tierhaltung subventionieren, das sagen 61 Prozent. Auf Fleisch ganz zu verzichten für ein Ende der Massentierhaltung, dazu sind 32 Prozent bereit. Ich finde ganz interessante Ergebnisse. Ich bezweifle die Zahlen an. Zwischen Sagen und Tun sind immer groß. Das ist eine Umfrage, da haben Menschen was gesagt. Wenn das so wäre, ich habe es gerade Herr Bläser gesagt, würden wir sofort umstellen und würden seine Fördermittel, zurzeit laufen keine Fördermittel in Sachsen-Anhalt ab zur artgerechten Tierhaltung, weil sich keiner in der Richtung mehr wagt, dort tatsächlich größer investieren. Frau Seske. Zu den Zahlen, ich glaube auch, dass die sozusagen geschönt sind, aber ich finde das sympathisch, weil wir Menschen wollen einfach, wenn wir gefragt werden von jemandem, das besser dastehen, als wir sind. Und das ist irgendwie niedlich und es zeigt aber eine Richtung an. Also wir fühlen uns nicht wohl mit dem Fleischkonsum, wie wir es jetzt machen. Und dann sagen wir, wenn uns jemand fragt, essen Sie welches? Nö. Die Frage, ob jemand Fleisch verzehren möchte oder nicht, wird ja von den Bürgern selber entschieden. Und nach den Umfragen, die Sie dort jetzt zitiert haben, dürften wir eigentlich die 60 Kilo pro Kopf nicht haben. Das ist auch nicht möglich, nach dem Weg in der Schule. Und nach Ihnen Maschin.